Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play von Ephemod von Minecraft. Ja, wir haben das letzte Mal hier die Eier gesammelt und haben ein paar Monster entdeckt, Erze gesammelt und heute schauen wir uns mal ein bisschen besser um. Ich tue das mal rein. Wir haben auch die Hälfte rein und dann tun wir uns mit. Sollen wir Steine benutzen? Gehen wir mal auf eine andere Insel. Also, ich denke die vorne ist eigentlich relativ gut. Aber werden wir das überleben? Aber auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Okay, wir müssen jetzt einfach hier irgendwo, genau beim Portal gehe ich einfach weiter. Wir müssen hier irgendwie über den Sand gehen und einfach zum nächsten Gebiet. Aber ich möchte ja eigentlich zur anderen Insel kommen. Ja, also müssen wir mal ein paar Items finden, eventuell in die Dungeons reingehen. Das müssen wir auch noch machen. Ja, ich habe viel zu tun, auch mit der Hardware klappt noch nicht alles. Und Skyrim kostet auch lange Zeit, bis ich das runtergeladen habe. Ich will ja durch Special Edition auch mal Let's Playen und habe da schon viel vorausgedacht. Also unbedingt anschauen, wenn das Skyrim Let's Play startet. Das ist wirklich toll. Ja, wir müssen echt hier noch weiter rüber, aber haben es bald geschafft. Also eben, ich kaufe ein neues Standmikrofon. Das beste, das es gibt. Ich kenne jetzt gerade den Namen nicht. Rode, Rode, genau. Rode irgendwas. USB ist mein Mikrofon, das kaufen kommt. Der Will ist recht günstig, 150 Euro. Und das kaufe ich mir nicht. Ein 400 Euro Headset aus dem Mediamarkt. Das ist viel zu teuer. Das ist echt zu teuer. Tja. Also, gehen wir weiter hoch. Irgendwann sind wir recht gut dran. Noch ein bisschen höher. Noch einige Meter Höhe. Da haben wir ein neues Gebiet erkundigt. Also können wir es erkunden. Und ja, kommen wir ein bisschen vorwärts. Auf jeden Fall, wenn wir fertig sind. Der Mod ist wahrscheinlich nicht so gross. Aber wenn wir fertig sind, können wir ja mal ein paar Gebäude bauen noch. Und wenn ihr wollt, können wir dann noch etwas anderes machen. Also bitte entscheidet mal ein bisschen, was ich alles machen soll. Weil mir ist schon wichtig, dass wir so etwas planen können zusammen. Hier hat es braune Vöger. Ich glaube, ich sollte mal eins klauen. Da haben wir einen Busch. Da hat es gelbe noch. Ich glaube, gelbe haben wir schon. Oh nein. Eier legen. Nein. Es will Eier legen. Tötet es, bevor es Eier legt. Eine Eier legen der Wollmilchsau. So. Nochmal stehlen. Ich glaube einfach alles. Es tötet uns. Es tötet uns. So. Ach komm. Es reicht. Auch diesen Busch. Ah, da unten haben wir wieder ein Portal. Aber sollen wir das wirklich... Oh. Ich glaube das tun wir nicht. Was ist das für ein Gebäude? Boah, ich habe Angst vor diesen Vögeln. Schlimm sei das. Aber was ist das? Ist hier unten irgendwas? Boah, da habe ich... Was ist das? Eine Blume? Wo kommen die töten? Aha. Scheinbar eine Blume, die gerade schläft oder so etwas. Okay. Da haben wir noch eine Insel, die sehr blau ist. Das ist ein anderes Biom. Sollten wir vielleicht auch noch hingehen, aber... Naja, nicht jetzt. Jetzt will ich da mal erkunden. Was es hier gibt. Hier gibt es mal wieder so einen Busch. Nehme ich mit. Grazblaue Vögel. Legt mal Eier. Jetzt ist es tot. Also brauchen wir mal den Crafting Table. Machen wir mal ein Schwert. So. Lasst mich jetzt. Hey. Ständig muss irgendwas hier sein. Selin, Moa, Eck. Und das ist Selin, Zepplin. Das ist alles Zepplin. Gebt mir Eier. Boah. Die lassen mich fliegen. Sie werden mich alle töten. Diese Noobs. Alles Noobs. Ah. Alles Noobs. Ah. So, die haben wir auch getötet. Jetzt müssen wir aber auf die Wolken aufpassen. Und ich brauche noch mehr Orangen. Hm. Hat es Orangen für den Drago? Der folgt mich, weil ich ja... ...eine Frucht... ...habe. Ach. Jetzt ist schon wieder eine Wolke. Okay. Stirbt Wolken. Noch eine Wolke. So, jetzt fertig mit den Wolken. Und dann vernichtet sie alle zusammen. Vernichtet sie alle zusammen. Vernichtet sie, bevor sie Eier legen. Boah, die Stellung ist so sensibel hier. Kuh töten. Kühe töten. Kühe töten, bevor sie Eier legen. Schafe töten, bevor sie Eier legen. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Boah. Übertreib nicht, hey. Bitte nicht übertreiben. Jetzt haben wir fast keine Orangen mehr. Können wir schlafen? Nee, ich habe keine... Nur eine weiße Wolle. Ich brauche noch Wolle, dann können wir schlafen. Das ist ja Wahnsinn. Eieieiei. Bringen mich um. Ständig. Und ich habe ständig Hunger. Was ist das für ein Mod? Da ist eine Kuh. Das ist aber nicht mein... Das, was ich brauche. Ja. Kühe töten, bevor sie Eier legen. Ah. Genau dich wollte ich töten. Genau. Was ist das? Das ist auch so ein Vogel. Okay. Okay. Komm runter. Ich mache einfach zu viel Schaden. Ich muss eine Rüstung kaufen. Bauen. Ja, kaufen kann ich hier oben nicht. Ich muss Minen. Das ist wichtig, dass ich Minen tue. Also muss ich wieder her. In diese Richtung gehen. um ähm... die Orange dort zu holen. Es hat wirklich keinen... Kein Schaf. Da kann man noch Broschen Mousse oder Saft machen oder so. Die sind nervig. Da kann man nichts machen können. Ja, ist nicht so eine gute Insel. Aber ein Schaf haben wir wieder. Dann machen wir immer wieder Nacht. Sonst... komme ich da nirgends weiter. Ah, das ist... Dreck. Okay. Das ist eine Wolke, aber es ist Dreck. Hm. Wenn ich ankomme, passiert nichts. Aber wenn ich drauf bin, dann werde ich weggeschubst. Okay. Ist nicht so interessant. Ich habe schon drauf geöst. Stöbe ich nicht. So, das reicht aber mit dem. Und hier ist wirklich sonst nichts. Hier ist wirklich sonst nichts. Wenn ich jetzt hier drauf gehe... Ja. Schaut. Ich gehe immer nur in eine Richtung. Das ist ganz schnell. Also müssen wir die wirklich meigen. Also wir haben einen Schuler oder so. Die das negieren. Hm. Wir haben noch mal so einen Vogel. Der vergiftet mich immer. Ja, dann gehen wir sonst in den Dungeon. Aber den am spawnen. Hier haben wir noch ein bisschen. Das lassen wir mal dort. Ambrosium. Ja, dann müssen wir zurück. Aber in der Nacht zurückkehren wird das eine gute Entscheidung. Ich hoffe schon, aber... Ja, ich gehe jetzt einfach zurück. Da unten ist ein Schwein. Los, schneller. Ich muss vorwärts machen. Dann müssen wir wirklich zu der Insel gehen, die blau ist. Wenn wir hier Dungeons nicht machen könnten. Ich habe noch einen Hasen getötet. Und jetzt müssen wir einfach dort nach oben gehen zu unserem Haus. Dann gehen wir mal nach oben. Und dann in den Dungeon. Also alles mal auspacken hier. Ich habe noch keine Tiere hier drin. Oh. Ich habe noch keine hier. So, jetzt haben wir sogar rote. Also die nehme ich mit. Ich brauche hier sehr viel. Genau. Den tue ich mal reinlegen. Und das Fleisch kann ich mal braten. Das Fleisch muss ich nicht braten. Wolle haben wir hier mal. Und nochmal Wolle. Dann machen wir mal ein Bett. Einfach zum mitnehmen. Wir brauchen keines zu Hause. Geht nicht. So ein Mist. So ein Schrott, man. So. Wieso kann man kein Bett machen? Das ist eine freche. Das müssen wir auch wieder mitnehmen. Ja, dann müssen wir trotzdem noch machen. Nein. Oder irgendwas besseres finden. Also Fleisch. Wir sind endlich fertig. Ach komm, wir gehen jetzt schon in diesen Dungeon rein. Ich hoffe, ich finde hier drin irgendwas. Also. Was finden wir hier? Ähm. Was sind denn da? Was sind denn das für Gegner? Die sind recht böse. Die killen mich. Boah, die sind schon stark. Die droppen nix. Was machen die? Interessant. Gut. Und äh. Ja, was soll ich jetzt machen? Da haben wir aber nichts. Vielleicht in diese Richtung. Boah, leck das noch. Wieso Minecraft leckst du? Die macht einfach Schaden. Das ist unfair. So, wir haben Level 16. Der kann einfach schiessen. Oder wie? Ich hau ab. Ich hau ab. Der kommt mir einfach nach. Der ist ein Böse. Ich muss dem einfach irgendwie ausweichen können. Was ist das? Das Gold Svelli. Das Gold Svelli. Von meinem Mountain Attacken gefunden. Ich finde echt nix. Kann man das auch essen? Ich werde sowas von sterben. Wir werden alle sterben. Da kann man sogar runter. Ist es ne gute Ein... Was ist die Idee? Ist hier irgendwas? Es geht noch weiter nach oben. Es geht noch weiter nach oben. Es ist ein Block, ein Würfel. Ich glaube das ist ein Würfel oder so. Sieht so aus. Oje, oje. Ich sollte nicht laufen. Ich sollte nur laufen und ich rennen. Ja man schiesst hier. Da waren wir schon? Ok. Ich bin doch nach oben geschwommen. Ja dann müssen wir wieder runter gehen. Das war nämlich der Anfang mit der Fackel. Ich habe weg seine Fackel hingetan. Da hat das sicher irgendwas hier drin. Sieht so aus, als würde irgendwas hier sein. Aber was? Ok. Schade. Ist nix hier. Also jetzt müssen wir eigentlich nach unten gehen. Hä? Hm. Komisch, komisch, komisch. Im Wasser sind die schlecht, habe ich so das Gefühl. Ich habe die einfach mal weg gehackt. Ich habe ein Hack benutzt. Das Wasser. Das Wasser ist mein Hack. Scheiße, ich brauche unbedingt mehr Rüstung. Können wir nicht mehr Rüstung klauen hier? In diesem Dungeon gibt es gar nicht. Nun ist immer ein Hammer. Ich habe ihn mit mir versucht. Ich habe ihn verdammt. Ich habe ihn mit mir gehört. 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 Ich mach mich mal in Ruhe. Ganz viele sind hier. Und die töten mich noch. Die werden mich alle töten. Sie werden mich alle töten. Da ist noch ein kleines Tierchen. Der ist hinter dem. Darf ich jetzt weitermachen bitte? Ich nehme jetzt einfach alles mit. Haupt nicht da. Ihr bleibt da. So jetzt. Alles mit. Ist es. Lohnt sich. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Und zwar haben wir hier. Irgendwas anderes. Wo kommt das hin? Nicht. Aha, das sind Truhen. Ok. Das sieht man so schlecht. Da ist noch eine Truhe. Nehmen wir mit. Lollipop. Cool. Wie cool das ist. Tschüss. Dankeschön. Was haben wir hier alles? Gold. Gummiswet. Golden Dart. Skyrot Boiled. Noch ein Lollipop. Aber ein blauer. Sehr schön. Was ist hier nochmal. Lollipop. Dart. Hollistone Boiled. Boah, da haben wir ja richtig gute neue Items. Ein Charme. Ein Charme. Ein Charmes kann ich ja irgendwo hinlegen. Ein Charme kann ich doch irgendwo hinlegen. Cools into. Random Charme. Da unten? Aber ich kann es nicht hin... Ich kann den Charme nicht hin tun. Schokolade. Ich habe Schokolade. Komm einfach Schokolade von den Gegner über. Das ist denn cool. Das ist ja mega cool. Ja, wohin müssen wir jetzt? Also müssen bald noch verlassen, hä? Wir müssen bald den Dungeon verlassen. Ja komm. Ich gehe ihn verlassen. Ist mir zu nervig jetzt gerade. Weil unsere Items kaputt gehen und so weiter. Müssen wir leider jetzt den Dungeon wieder verlassen. Aber es ist ja auch schon 25 Minuten. Deshalb, ähm... Ja, verlassen wir den Dungeon. Und gehen dann in den nächsten Part wieder rein oder so. Oder meinen ein bisschen in den nächsten Part, hä? Ah, hier hat es noch. So. Wir müssen einfach alles mitnehmen, hä? Alles müssen wir mitnehmen. Jegliches Item müssen wir mitnehmen. Manche Gegner nerven. So. Wir sind draußen, hä? Also müssen wir bald wieder rein gehen. Und im nächsten Part tun wir mal die Kisten. Dann machen wir nämlich mehr Kisten. Und so weiter. Wie sieht die Kiste aus? Einfach braun. Hä? Candy Corn. Wir nehmen alles mal rein, was sie dort gefunden haben, hä? Ja. So. Also. Ich hoffe, die schlüpfen bald. Ich weiß nicht, was sie brauchen. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Essen. Und... Ja. Im nächsten Part geht's weiter, hä? Tschüüüüüss! Vielen Dank.